Wir haben von der Landesregierung ein Seitenabstandsmessgerät für Radfahrer zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat den Sinn, dass man den Abstand von überholenden Fahrzeugen bei Fahrrädern messen kann. Es ist uns ein besonderes Anliegen, für die Sicherheit der Radfahrer und vor allem für das Sicherheitsgefühl der Radfahrer eine Verbesserung zu erwirken.